Hey, hier ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch Ring Alarm Security vorstellen, eine Alarmanlagenlösung, die nicht nur sehr einfach installiert, sondern euch durch App-Anbindung auch jederzeit den Status eurer eigenen vier Wände mitteilen kann. Durch eine modulare Bauweise kann die Alarmanlage je nach Wohnsituation nach und nach erweitert werden und ist dank eines sehr günstigen Einstiegspreises von teilweise nur 229 € für fast jedermann erschwinglich. Wie ihr die Anlage installiert, einrichtet und wie die Komponenten im Einzelnen funktionieren, das zeige ich euch in den nächsten Minuten meines Videos. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Das Basis Security Paket besteht aus einer Lösung von Basisstationen, einem Keypad zur Nummerneingabe, einem Bewegungsmelder und Signalverstärker sowie einem Tür- und Fensterkontakt. Weitere Tür- und Fensterkontakte sowie Bewegungsmelder könnt ihr natürlich nachordern und zu späteren Zeiten Zeitpunkten installieren. Ich habe in meinem Fall noch zwei weitere Fensterkontakte sowie einen zweiten Bewegungsmelder bekommen. Design und Verarbeitung der einzelnen Komponenten haben mir gut gefallen. Alles wirkt wertig verarbeitet und macht genau das, was es machen soll. Vor allem das Keypad mit dem großen Ziffernfeld ermöglicht eine einfache und schnelle Eingabe. Befestigungsmaterial wie Schrauben, Dübel oder auch 3M-Klebestreifen werden bei allen Komponenten mitgeliefert, sodass ihr je nach Befestigungsart maximal noch Schraubendreher, Akkuschrauber und Bohrer benötigt. Bei der Einrichtung des Alarmanlagensets geht man wie folgt vor. Zu Beginn wird die Basisstation angelernt. Anschließend widmen wir uns dem Signalverstärker bzw. Repeater und abschließend richten wir Bewegungsmelder und Tür-Kontakte ein. Bevor wir damit starten, ladet euch aber erstmal die kostenlose Ring-App im App Store von Apple oder Googles Play Store herunter. Hier legt ihr euch ein kostenloses Konto an und begebt euch anschließend in das linkseitige Menü auf Geräte. Hier sucht ihr euch den Punkt Alarm und wählt einen passenden Standort für die Basisstation. Zum einen sollte diese nicht zu weit vom Router entfernt stehen, auf der anderen Seite werden über diese aber auch Alarmtöne ausgegeben und sollte daher auch gut hörbar sein. Nach erfolgreicher Platzierung klickt ihr euch durch das Menü der App und drückt die Kopplungstaste auf der Rückseite der Basisstation. Bereits nach wenigen Sekunden sollte diese gefunden sein, sodass ihr mit dem Keypad fortfahren könnt. Beim Keypad gibt es verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Zum einen kann es durch eine Art Standfuß auf einem Tisch aufgestellt werden. Je nach Wohnsituation kann man es aber auch Nähe der Haustür an der Flurwand befestigen. Hier wie auch bei allen anderen Ring-Alarmgeräten erfolgt die Einbindung und damit auch Verbindung mit der Basisstation nach dem gleichen Muster. Über den Punkt Ring-Alarmgeräte hinzufügen werden euch alle Komponenten aufgelistet, die ihr mit dem Kauf erworben habt. Nach und nach könnt ihr die einzelnen Punkte anklicken, werdet Schritt für Schritt durch die Installation begleitet und solltet innerhalb von 15 Minuten alles eingerichtet haben. Beim Keypad müsst ihr zudem noch euren PIN-Code eingeben, der zum Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage bestimmt ist. Beim Fenster- und Türkontaktsensor sowie dem Bewegungsmelder müssen vor Anbringung auf der Rückseite noch kleine Laschen entfernt werden, damit die Geräte mit Strom versorgt werden. Anschließend per Schrauben oder wie bei mir per doppelseitigem Klebeband an die gewünschte Stelle anbringen. Nachdem ihr alles gekoppelt habt, werdet ihr auf der Startseite immer wieder auf den Ring-Alarm-Protect-Plus-Plan hingewiesen. Der Hintergrund besteht darin, dass bei einem möglichen Ausfall eurer Internetverbindungen über eine integrierte SIM-Karte der Basisstation und den integrierten Akkus ihr dennoch bei Alarmfall informiert werdet. Des Weiteren werden bis zu drei Notfallkontakte über ein mögliches Ereignis informiert. Nach dem Auspacken und der Installation geht es nun aber an die Bedienung, Funktionsweise und App-Oberfläche. Auf der Startseite der App findet ihr euer Dashboard mit Überblick eures aktuellen Status, in diesem Falle inaktiv. Über das linkseitige Menü könnt ihr des Weiteren den Gerätestatus einsehen. Hier gibt es über die Basisstation Infos zu Firmware-Updates aller Geräte. Man kann Sirene und Töne testen, den Akkustatus einzelner Komponenten einsehen oder wie beim Bewegungsmelder auch die Empfindlichkeit einstellen. Auch gibt es die Möglichkeit zu bestimmen, ob gewisse Sensoren im Zuhause- und oder Abwesenheitsmodus aktiv sein sollen. Je nachdem bekommt ihr auch im Zuhause-Modus Benachrichtigungen, wenn der Bewegungsmelder etwas erfasst oder der Kontaktsensor geöffnet wird. Über den Punkt Alarm-Benachrichtigung und Push könnt ihr Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren, je nachdem wie interessant diese für euch sind. Von Werk aus sind diese alle aktiviert. Sind diese grundlegenden Settings beendet, könnt ihr euch zurücklegen, denn alles was jetzt noch zu tun ist, ist das Aktivieren oder Deaktivieren des Alarms. Dies geschieht entweder über das Smartphone mit Ring-App. Alternativ könnt ihr aber auch euren vierstelligen PIN-Code auf dem Keypad eingeben. Drückt die entsprechende Taste für inaktiv, zuhause oder abwesend und begebt euch in oder aus dem Haus. Hier müsst ihr nur daran denken, wie viele Sekunden ihr für das Verlassen und Scharfstellen bzw. Nach Hause kommen und Deaktivieren in der Ring-App beziffert habt. Sowohl in der App, als auch auf dem Keypad und der Basisstation wird der Countdown visuell und akustisch heruntergezählt. Kommt es nun zu einer Alarmauslösung, zum Beispiel durch Öffnen eines Kontaktes, ertönt ein sehr schriller und lauter Alarmton, der euch auch per Push-Nachricht auf das Smartphone übermittelt wird. Hierüber habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Alarm zu unterbrechen. Um es zum Schluss noch etwas smarter zu machen, könnt ihr euch auch ein Alexa Skill für Ring herunterladen, über den das System per Sprache aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Nach erfolgreicher Kopplung eures Ringkontos mit dem Amazon Account, könnt ihr euch durch Alexa Aktiviere Ring auf abwesend das System aktiv schalten. Dabei wird euch angesagt, wie viele Sekunden euch zum Verlassen der Wohnung bleiben. Für eine Deaktivierung sagt ihr einfach Alexa Deaktiviere Ring, gebt per Sprache den vierstädigen PIN-Code ein und das System wird unscharf geschaltet. Unterm Strich gibt es etliche Punkte, die mich bei diesem System begeistert haben. Zum einen ist die Einrichtung kinderleicht und innerhalb von 15 Minuten erledigt. Die App ist selbsterklärend, weitere Komponenten sind nachbestellbar und das Keypad aufgrund der Größe leicht bedienbar. Auch die Einbindung mit Amazon Alexa und die Möglichkeit, weitere Ringprodukte wie Türklingel oder Kameras in das System integrieren zu können, sprechen für sich. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Vorstellung vom Ring Alarm Security und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin macht's gut und ciao!